Grüß dich, willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich habe bei meinem Freund geschlafen und morgens bin ich dann erstmal aufgewacht und bin in die Schule gegangen. Das war mein Outfit, wir hatten nämlich Wandertag, deswegen ein bisschen sportlich. Ich habe allerdings vergessen, da mitzufilmen, aber wir waren einfach nur am See und haben da gechillt. Danach waren noch zwei Freundinnen bei mir und wir haben so ein bisschen im Garten gechillt und haben so ein paar Cocktails gemacht und die waren so lecker. Ich will nämlich bald meinen Geburtstag nachfeiern und da haben wir schon mal so ein paar Cocktails getestet. Wir lagen dann eigentlich den ganzen Tag in der Sonne und das war echt mega schön. Und dann haben wir den Tag in der Sonne und das war echt mega schön.